Hallo ihr Lieben, ich bitte um Entschuldigung für dieses Video, dass ich jetzt wieder mal sehr viel über mich erzähle. Es geschieht, auch wenn da vielleicht einige dann einen anderen Eindruck haben, nicht aus Narzissmus oder um sich selber irgendwie wichtig zu machen oder Selbstverklärung. Ich will ein allgemeines Prinzip klar machen und nehme nur mich als zufälliges Beispiel, weil ich mich tatsächlich für dieses, was ich hier erzählen will, ganz gut als Beispiel eigne. Oder man könnte es auch als reine Selbstoffenbarung nehmen, also sozusagen man erzählt aus dem Nähkästchen, wie es einem so geht. So, mir geht es in diesem Video darum, nochmal klar zu machen, was die Grenzen von Mediation und Brückenmenschentum sind. Also das ist so, dass einzelne Menschen Gruppen versöhnen können oder zusammenbringen können oder ausgleichen können oder Konflikte schlichten können. Dass es da eine systematische, systemische Grenze gibt und genau dafür eigne ich mich ganz gut als Beispiel. Denn ich bin in wirklich zahlreichen Hinsichten eigentlich, eigentlich prädestiniert, ein Brückenmensch zu sein. Ich zähle mal auf, was mir so aus dem Stand einfällt. Nummer eins ist zum Beispiel Vermögensklasse. Ich bin ziemlich genau auf der Nahtstelle unterwegs, zwischen wirklich sehr, sehr reich und sehr, sehr arm. Wie geht das gleichzeitig? Also A, habe ich lange Jahre so gelebt, dass ich sozusagen selber unmittelbare finanzielle Not wirklich gelebt habe und gespürt habe. Das heißt, das ist dieser Zustand, wo man Angst immer vor dem nächsten Brief hat, dass er eine Rechnung ist oder dass er vom Finanzamt kommt. Man hat Probleme, die Post überhaupt zu öffnen, weil die Ängste so groß sind. Man weiß nicht, wie man die nächste Rechnung bezahlen kann. Man muss jeden Cent, Fennig sage ich schon, jeden Cent umdrehen. So Fennig komme ich auch gleich noch. Also das ist so die eine Seite und ich habe auch lange Zeit auch in Berufen gearbeitet, wo wirklich die absolute Unterschicht arbeitet. Also sozusagen, wo die, die am allerwenigsten verdienen. Ich habe mehrere solcher Berufe ausgeübt und hatte solche Kolleginnen und Kollegen, die da sind. Gleichzeitig habe ich aber auch Zutritt bekommen zu den, der Menschengruppe, wo es völlig selbstverständlich ist, dass du ein sechs- oder siebenstelliges Jahreseinkommen hast. Es gibt natürlich noch mehr, aber das ist schon ganz ordentlich. Und ich habe auch in Firmen gearbeitet, wo es völlig normal ist, dass auch die Leute ohne Führungsverantwortung ein sechsstelliges Jahresgehalt haben. Und zwar ganz allgemein. Für die, die nicht zu diesem erlauchten Kreis gehören, ja, das gibt es. Und auch dort habe ich gearbeitet. Und ich habe auch solche Freunde, die also nicht ganz wenig Kohle haben. Und das ist eben gleichzeitig bei mir da. Das ist nicht ganz gewöhnlich, aber bei mir ist das so. Das ist so die erste Nahtstelle. Also zwischen Arm und Reich könnte ich ein guter Vermittler und Brückenmensch sein, weil ich beide Welten kenne und beide Erfahrungen selber machen durfte. Das Zweite ist, die Nahtstelle zwischen, wie soll man sagen, eingeboren und zugereist, eingewandert, weil das eben bei meinen Eltern so ist. Ich habe einen Vater und eigentlich sogar zwei Väter, die eingeboren sind und zwei Mütter, die zugewandert sind und zwei Mütter, die einheimisch sind. Also ich bin genau auf dieser Nahtstelle. Ich habe selber keine Migrationserfahrung, aber ich habe mein Leben lang zusammengelebt mit Menschen, die Migrationserfahrung hatten. Ja, also sozusagen auch meine erste Freundin und meine erste Frau waren Eingewanderte. Das sind dann so Familienmuster, die werden weitergegeben. Also ich wäre auch ein guter Vermittler zwischen denjenigen, die sozusagen seit Generationen hier leben und denen, die eben zugewandert sind, die migriert sind, weil das läuft familiär bei mir zusammen. Das wäre so die zweite Lüge. Was ist noch an Brückenmenschentum da? Noch eine Menge. Das nächste ist die Nahtstelle zwischen Mann und Frau. Offensichtlich bin ich ein Mann, aber ich bin tatsächlich ein Mann, der sich lange, lange Zeit eher eben mit Frauen identifiziert hat. Das hat kontingente, zufällige Gründe, warum das in meinem Leben so kam. Also sozusagen, es hat sich entwickelt, erst mal ohne mein Zutun. Und das hat dazu geführt, dass ich eben lange Zeit mich auch eher in Frauenwelten bewegt habe, also auch in Berufen, wo mehr meiner Kolleginnen und Frauen waren. Und ich bin ja ein Mann, der zum Beispiel auch einfach sagen kann, weil es so ist, dass zum Beispiel der beste Chef, den ich je hatte, war eine Chefin. Das ist jetzt nicht jetzt so, ich finde wahnsinnig beeindruckend, aber es ist so auch nicht ganz schlecht. Also für die Vermittlung des Geschlechterkriegs oder Geschlechterkonflikts, wenn man ihn überhaupt so nennen will, bin ich auch nicht ganz schlecht geeignet, weil ich auch bei ist. Also ich habe tatsächlich, so komisch das klingt, starke Empathie für Männer. Ich kann von innen verstehen, die Konflikte, die auch heutige Männer bewegt und die sie haben und warum das Leben für sie wirklich in vieler Hinsicht furchtbar ist und schwer ist und auch sehr leicht depressiv machen kann übrigens. Und genauso für die entsprechenden Konflikte von Frauen. Ich bin auch der Typ, dem viele Frauen so ihr Herz öffnen. So dieser beste Freund, Kumpeltyp, wo viele Männer sich schwer tun, aber mir wird halt viel erzählt, was viele Frauen vielen Männern nicht erzählen. Und ja, das ist ja auch nicht ganz schlecht. So, das ist so die zweite Nahtstelle, also Geschlechterdifferenz, wenn man das so nennen will. Bin ich auch auf eine gewisse Nahtstelle geboren und habe so Fäden in beide Richtungen. Dann die nächste Nahtstelle, die mir einfällt, ist tatsächlich die zwischen Alt und Jung. Ich habe ein, oder ja, sagen wir erst mal wirklich Alt und Jung. Ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zum Alter. Das ist auch lustig, ich mag alte Leute und alte Leute wie mich. Das hat vielleicht was damit zu tun, dass ich ein super Verhältnis zu meiner Oma hatte. Da lief das so in meiner Kindheit, als ich ganz klein war, hat sich meine Oma sehr, sehr liebevoll um mich gekümmert und ich habe sie geliebt. Und dann hat sie sowohl Parkinson als auch Alzheimer bekommen. Und das lief dann so, dass in einem Zeitraum von zwei, drei, vier, fünf Jahren sich das Verhältnis umgekehrt hat. Und als ich dann so zehn, elf war, war es nicht mehr so, dass sie mir meine Brote geschmiert hat, sondern ich ihr. Also ich habe mich dann um sie gekümmert. Wir haben auch zusammen gelebt. Das ist auch ein sehr aufgeladenes Thema innerhalb meiner Familie, weil es zu wahnsinnig vielen Konflikten in der Elterngeneration geführt hat. Also die sind alle zerstritten, unter anderem über diese Geschichte. Aber so, das ist so die eine Richtung. Und gleichzeitig, ich mag auch genauso kleine, junge Menschen, wie vielleicht auch immer wieder rüberkommt, ist ja auch häufig Thema hier. Mir geht einfach bei Kindern wirklich das Herz auf. Ich finde kleine Menschenwesen Wahnsinn. Unglaublich inspirierend, unglaublich lebendig, unglaublich toll. Und insofern, ich habe ein gutes Verhältnis zur Jugend und zum Alter, auch auf dieser Nahtstelle. Und jetzt bin ich ja selber zufällig derzeit ungefähr mittelalt. Könnte ich ein guter Vermittler sein? Und ich gehöre, ach, das gehört auch noch dazu, dass es einen Menschen, das scheint nicht ganz gewöhnlich zu sein, die eine sehr lebendige Erinnerung an die eigene Kindheit haben. Also bei vielen von meinen Miterwachsenen höre ich, dass sie praktisch nicht mehr genau sich erinnern können, wie das war, so als sie kleiner waren. Derzeit noch, vielleicht geht das auch noch vorbei, weiß ich noch ziemlich genau, wie es war, ein kleiner Mensch zu sein. Und gleichzeitig leide ich an dem, was der Olle Nietzsche vorzeitige Vergreisung nennt. Das heißt, vielleicht auch so, ich bin mit einer gewissen Altklugheit auf die Welt gekommen. Die kann auch sehr nervig sein, das gebe ich auch zu. Aber sozusagen, wie soll ich sagen, ich kann einfach mit Alten. Und auch viele Leute, also wenn ich es so sagen darf, viele Leute, die das gut finden, was ich erzähle, sind eher älter. Und das kann ich ganz gut erklären, warum das ist. Weil du musst bestimmte Erfahrungen gemacht haben, um das plausibel zu finden, was ich erzähle. Also ich habe nicht nur, aber viele meiner Fans sind eher ältere, die halt sehr viel Lebenserfahrung haben und aus dieser Lebenserfahrung heraus so. Also ich würde sagen, auf eine komische Weise mental bin ich ein eher alter Mensch. Obwohl ich so jugendlich aussehe und tralala. Aber ja, so. Und da wäre ich eine gute Vermittlungsstelle eigentlich zwischen Alt und Jung. So, nächste, das ist nicht ganz das Gleiche, ist ein bisschen was anderes. Die Vermittlung zwischen progressiv und konservativ, um das auch klar zu machen. Also, tendenziell müsste ich eigentlich ins progressive Lager gehören, aus verschiedenen Gründen. Ich mag Innovation, ich mag Neuerungen. Vor allem, wenn sie von mir selber kommt, ganz schlimm. Ich bin jemand, der ein Fan der Moderne ist, ja, also der nicht nach dem goldenen Zeitalter sich zurücksehend, ja, so. Also ich gehöre eigentlich ins progressive Lager. Aber erstens, ich komme aus einem ziemlich konservativen Elternhaus, ja. Ich habe Eltern, die dieses ganze 68er-Ding nicht mitgemacht haben. Das wäre genau ihre Generation gemacht, aber irgendwie ist es an ihnen vorbeigegangen. Das Zweite ist, meine universitären Lehrer waren überwiegend konservative. Also ich habe studiert bei sehr, sehr konservativen Leuten und habe von denen gelernt, ja, so. Und insofern bin ich da auch eher selten. Also in diese Kreise verirren sich Leute wie ich eher selten. Bei mir ist es halt auch wieder zufällig so gekommen. Und insofern habe ich tatsächlich Sympathien sowohl fürs konservative als auch progressive und wäre auch da ein guter Vermittler, theoretisch. Warum das nicht so ist, kommt jetzt gleich noch. Gibt es noch was, was mir einfällt, wo ich ein guter Vermittler sein könnte, theoretisch? Also von meinen zufälligen Eigenschaften, Lebenseigenschaften, Charaktereigenschaften, Geburtseigenschaften? Wahrscheinlich gibt es noch mehr, aber fällt mir gerade nicht ein. So, also. So, und jetzt kommen wir zu der, warum funktioniert das? Warum stelle ich mich hin und sage, ja, ich gehe in so eine Mediatorenrolle und werde der große Aussehner und Vermittler? Weil das ab einer gewissen Größenordnung nicht mehr funktioniert. Also würde man die Gesellschaft mir jetzt die Aufgabe übertragen, die Konflikte zu schlichten in der Gesellschaft, also sozusagen Gesellschaft zu mediieren, wäre ich komplett überfordert. Es kann nicht gelingen. Und das ist eben etwas, was auch meine große Sympathie tatsächlich, so komisch das klingt, für die griechische Antike auslöst. Und da nehme ich vornehmlich für Solon, weil ich dort sehe, einen Menschen sehe in Solon, dem großen Weisen, dem Reformer von Athen, der auch schon gescheitert ist, der das versucht hat in seiner Zeit, wo Gesellschaft noch sehr viel kleiner war und tendenziell noch etwas homogener, nicht so homogen, wie wir es uns vorstellen, aber etwas homogener als heute und der das schon damals nicht konnte. Also der Staatsreformer Solon wurde, dem wurde eine Rolle, ein Amt gegeben, wo ihm von der Gesellschaft, also von der Polis Athen, von Attica übertragen wurde, er soll die Gesellschaft versöhnen. Er soll sie reformieren, sodass viele, viele Konflikte, die ins Unlösbare sich verstetigt hatten, die also nicht mehr aufhören wollten, dass er die auflösen sollte. Und das hat er sich auch redlich bemüht, aber letztlich wurde er zwischen diesen Konflikten zerrieben. Und diese Figur oder Gestalt oder vielleicht auch nur, wie ich sie mir denke, hat meine höchste Sympathie. Also jemand, der an der Aufgabe, Gesellschaft zu versöhnen, scheitert. Und mittlerweile kann ich ganz gut erklären, warum das so ist. Und die einfachste Art, es zu sagen ist, das funktioniert. Also diese Vorstellung von einzelnen Menschen, die Gruppen versöhnen, die Menschengruppen sozusagen ausgleichen, funktioniert bis zu einer bestimmten Größenordnung und dann nicht mehr. Da gibt es eben auch Forschung zu, moderne Forschung, die genau das untersucht hat, wie entstehen eben gute Teams, wie entstehen Gruppen aus unterschiedlichen Menschen, die kooperieren, wie entsteht das. Und die sagen, in kleinen Gruppen ist das so, dass es solche Menschen braucht, die in alle verschiedenen Lager Verbindungen haben und die also sozusagen irgendwie die persönlich vernetzen, eben als wären sie persönlich eine Art Brücke oder eben ein Brückenmensch. Diese Menschen braucht es, damit kleine heterogene Gruppen gut funktionieren. Das sagt die Forschung, also das ist immer das Gleiche, worauf ich hier verweise, das ist Forschung, die die NASA betrieben hat, mit Blick auf die Möglichkeit, Marsmissionen zu bemannen und befrauen. Also sozusagen, weil man eben bei einer Marsmission schlecht aussteigen kann, wenn man aussteigt, ist man tot oder wenn man rausgeworfen, ist man tot, braucht man Gruppen, die irgendwie miteinander klarkommen, die harmonieren, die funktionieren. Das ist dann sozusagen der essentielle Faktor, das hat man sozusagen als Schwachstelle von Marsmissionen, hat man uns Menschen und unsere Sozialdynamik identifiziert. Also technische Probleme sind eher lösbar als die menschliche Sozialdynamik und deswegen hat die NASA das erforscht und hat es dann so erforscht, hat dann über diese Forschung, weil das für Marsmissionen eben relevant wäre, herausgefunden, Gruppen, die funktionieren, aus heterogenen Menschen, also aus unterschiedlichen Menschen, da muss es eine hinreichende Zahl dieser Brückenmenschen geben, also Leute, die sich mit allen gut verstehen können, die zu allen Verbindungen haben und dann läuft es. Das ist das Geheimnis guter Teams im Kleinen. Und meine Rede oder Selbstoffenbarung ist, in großen Gesellschaften funktioniert dieses Prinzip nicht. Nicht einzelne Menschen können die großen Versöhner sein. Das versuchen wir nämlich immer, nur deswegen mache ich dieses Video, weil wir das immer wieder versuchen, weil wir so oft nicht begreifen wollen, dass die Dynamik zwischen uns, die Sozialdynamik in großen Gesellschaften anders ist als in kleinen Gruppen. Das lässt sich nicht alles einfach übertragen. Was in kleinen Gruppen funktioniert, funktioniert nicht zwingend in großen Gesellschaften. Das ist auch das große Thema der Soziologie übrigens. Deswegen gibt es meines Erachtens überhaupt die Wissenschaft der Soziologie, weil da was Neuartiges entsteht, sobald du sesshafte Großgesellschaften hast, die sich intern differenzieren. Deswegen ist die Soziologie auch eine relativ neue Wissenschaft, weil man das noch nicht so lang auf dem Schirm hat. Also Ende des 19. Jahrhunderts ist sie meines Wissens entstanden. Gedanken, die in die Richtung gehen, sind natürlich älter. Also wenn man so will, kann man bereits sagen, auf eine gewisse Weise ist zum Beispiel ein Thomas Hobbes ein Soziologe, auf eine gewisse Weise ist ein Thucydides ein Soziologe, auf eine gewisse Weise gibt es eben auch soziologische Gedanken, zum Beispiel bei Platon. Die sind zwar alle falsch, aber es gibt sie. Und was ich sagen will ist, wir können bestimmte Prinzipien nicht vom Kleinen aufs Großen übertragen, das tun wir aber intuitiv. Also gerade auch, wenn wir nicht nachdenken, wenn wir unseren Intuitionen trauen, liegen wir bezogen auf Gesellschaft oft falsch. Also wir können sagen, große, sesshafte, dynamische, in sich differenzierte menschliche Gesellschaften sind für uns Menschen, so komisch das klingt, kontraintuitiv. Wir können sie qua Intuition nur sehr schwer verstehen. Wir verstehen sie intuitiv falsch und wir verstehen sie aus einem guten Grund intuitiv falsch, weil wir sozusagen dafür voreingestellt sind, die Gruppendynamik in kleinen Gruppen zu verstehen. In kleinen Gruppen liegen unsere Intuitionen überwiegend richtig, weil dafür sind wir gemacht. So sind wir entstanden. Das ist unser natürliches Umfeld, sind kleine, relativ überschaubare Menschengruppen. Und die Sozialdynamik dort verstehen wir richtig intuitiv. Die Sozialdynamik in großen Gesellschaften missverstehen wir automatisch. Und da müssen wir also sehr viel nachdenken. Das heißt, es erfordert tatsächlich kontraintuitives Denken, also langsames Denken, wie manche auch sagen, also wirklich nachdenken, um mit Gesellschaft klarzukommen. Und die Konsequenz zum Beispiel jetzt zum Thema gesellschaftliche Aussöhnung oder gesamtgesellschaftliche Kooperation oder gesamtgesellschaftlicher Friede ist nicht, die Antwort darauf ist nicht, einzelne Menschen gehen hin und sind die großen Versöhner. Die Antwort darauf ist eine kontraintuitive Kulturtechnik namens Demokratie. Dafür ist Demokratie da, weil es Einzelne nicht mehr leisten können. Und genau so ist es in der griechischen Antike gelaufen. Man hatte zuerst Solon, also erst hatte man sehr viel Konflikt und Krieg bis ins Unerträgliche innerhalb Athens. Dann kam Solon, hat das versucht, als Einzelner mit bestem Wissen und Gewissen der Große versöhner zu sein, ist gescheitert. Dann kam eine Diktatur, die Tyrannis der Persistratus und dann haben die Griechen Demokratie erfunden. Auf der Basis des demokratischen Losverfahrens. Und das hat funktioniert. Das hat zumindest Athen intern befriedet, wenn auch nicht nach außen. Nach außen war weiterhin Krieg. Das hat sich sogar dann weiter verschärft. Das kann uns eben auch sehr viel zu denken geben. Diese Dynamik, die Athen dann hatte, hinein in den Peloponnesischen Krieg, das ist ein eigenes Thema. Das ist der Grund, warum wir heute eine globale Demokratie zusätzlich brauchen. Also warum wir Demokratie sowohl auf regionaler und nationaler Ebene brauchen, als auch eben auf kontinentaler und globaler Ebene. Daraus kann man eben auch lernen, dass das gleichzeitig sein muss, damit Demokratie stabil wird. Aber erst mal hat man das interne Verhältnis befriedet zwischen den Athenern und das war vorher mit allen anderen Mitteln gescheitert. Also Solon ist gescheitert, davor war es unerträglich, die Tyrannis der Persistrators, das war auch unerträglich, deswegen haben die Griechen dann auch dagegen und die Athenern dagegen rebelliert. Und was dann funktioniert hat, war Demokratie. Demokratie ist eine technische Lösung für große, komplexe, intern differenzierte, für dynamische Gesellschaften, die anders ihres Lebens nicht mehr froh werden können und vor allem können sie ihres Lebens nicht mehr froh werden, wenn Einzelne hingehen und glauben, die großen Versöhner und Mediatoren spielen zu können, dann das ist in großen differenzierten Gesellschaften dysfunktional. Funktioniert nicht. Aber Demokratie, die funktioniert. Und das sage ich als jemand, der auf eine gewisse Weise, so kann man es zumindest sehen oder sich selber verklären, zum Brückenmenschentum prädestiniert ist. Ich sage, wenn man mir die Rolle geben würde, ich wäre komplett überfordert. Ich könnte das nicht. Und ich bin da eigentlich, wenn man so meine zufälligen Eigenschaften anschaut, dafür eigentlich mehr geeignet als so mancher andere oder manche andere, weil ich da auf so Nahtstellen oder geboren bin oder so Verbindungen in beide Lager jeweils habe. Und ich sage es mal ganz drastisch, also ich bin offensichtlich ein linksliberaler Großstädter. Ich würde auch tatsächlich mich hinsetzen und habe das auch schon getan und mit Sturz, gefährlich konservativen oder mit rechtsradikalen, keine Ahnung, Gespräche führen. Aber nicht in der Öffentlichkeit würde ich das machen. Würde ich machen. Und habe ich auch schon gemacht. Und es geht. Ich bin auch da. Und also deswegen ist zum Beispiel jemand wie Daryl Davis, wer den kennt, dieser Jazzmusiker, der sich mit Kukluks-Klan Anführern und Anhängern hingesetzt hat und sich den unter so mein persönlicher Super hält. Nur, ich bin Theoretiker genug, Gesellschaftstheoretiker genug, um zu wissen, warum das, was der Daryl Davis macht, was ich sehr bewundere, weil es noch unendlich viel mehr Mut braucht, als das, was ich bisher getan habe, dass das nicht funktionieren kann, dass es nicht skaliert, wenn man es so sagen will, dass es nicht in die Breite gehen kann, dass das nicht der Weg ist, wie wir Gesellschaft versöhnen. Also der Daryl Davis ist ein schwarzer Jazzpianist, der letztlich durch persönliches Engagement schwer rechtsradikalen Kukluks-Anhängern zu denken gegeben hat und ihr Verhalten verändert hat, indem er sich mit ihnen hingesetzt und mit ihnen sich unterhalten hat. Deswegen ist der Daryl Davis ein Superheld, aber wir brauchen keine Superhelden. Das ist der Witz. Für gesellschaftliche Versöhnung brauchen wir keine Versöhner-Superhelden, sondern wir brauchen Demokratie. Demokratie funktioniert, Superheldentum funktioniert nicht. Und das sind natürlich auch Selbstentlastungen für komische Gestalten, für mich, die in dieser Rolle komplett überfordert wären. Obwohl wir gute Voraussetzungen, bessere als andere mitbringen, weil wir so sagen, ich kann den verstehen, ich kann den verstehen, ich habe Empathie in alle möglichen Richtungen, so rein menschlich gesehen, auch wenn ich Positionen nicht teile, habe ich Empathie für den Menschen. Trotzdem könnte ich nicht die Gesellschaft versöhnen. Und ich finde, sowas sollte man durchaus ernst nehmen. Also es klingt so blöd, aber ich würde sagen, wenn komische Gestalten, wie ich sagen, ich wäre überfordert, wer ist da nicht überfordert? Wer kann heute noch Gesellschaft versöhnen? Wer kann heute noch der Kitt der Gesellschaft sein? Und meine Antwort darauf, das können wir nur alle gemeinsam. Nicht einzelne Menschen können der Kitt der Gesellschaft sein. Die Gesellschaft muss sich selbst versöhnen und das geht nur durch demokratische Prozesse, die aber eher so gestrickt sind, wie die antike Demokratie organisiert war, nicht so, wie wir heute bisher Demokratie zu organisieren versucht haben. Ohne allgemeine Beteiligung. Funktioniert es halt nicht. Wir brauchen das Losverfahren als Verfahren der Versöhnung der Gesellschaft mit sich selbst. Ceterum censio, Isonomia am esse sortienda. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politi, die Demokratie gelost werden muss. Aus memory